Sehr geehrte Bewerber und Kunden, wir ziehen heute die Gewinner unserer Ausschreibung Lamellenfenster für einen Klassenraum in einer Schule, einschließlich CO2-Messgerät in Thüringen. Ich bedanke mich nochmal ausdrücklich bei den Bewerbern für die Teilnahme und das Vertrauen in unsere Produkte. Wir ziehen uns nun die Gewinner. Der erste Gewinner ist die Stadtverwaltung Weimar mit dem Projekt An der Haart Weimar. So, jetzt die spannende Frage, der zweite. Die Grundschule Zierkowski in Ilmenow. Die Grundschule Zierkowski in Ilmenow. Vielen Dank für Ihre Bewerbung und wir werden uns in Kurze wegen der Abwicklung mit Ihnen in Verbindung setzen. Ich wünsche allen ein gesegnetes Weihnachtsfest, einen gesunden Rutsch ins neue Jahr und bleiben Sie gesund. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.